Hey, Tag auch, Willkommen mal wieder in Taiwan. Das war eine große Straße. Und dann war es die Superstadt. Die Straße ist ja wirklich hoch, aber... Ja, aus dem Ausstiegssystem. Und das Wetter könnte ein bisschen besser sein. Und dann bleibt sie sich überheben. Ja, hey, oder was? Ja, wieder. Einverkehr als Wetter und Fahrrad oder so. Das sieht aus wie das Fremde. Jetzt muss man den Kurs wieder scheiß gehen, oder? Da kommt jetzt schon fast in den Wind.